Äh, ja. Ach ja, komm. So, Nummer 1. Komm, der Zweite. Komm, versuch's doch. So, jetzt ganz schnell. Ich wollte das Ganze nämlich nicht in Überlänge machen. Den Schatz hole ich mir nämlich noch. Ja, komm, beeil dich ein bisschen. Oh, komm schon. Wo muss ich denn jetzt hoch? Ach, da hinten. Trotzdem frag ich mich grad mal, wie ich da hinkommen soll. Vielleicht wieder zurück? Hat ein Kronleuchter dann da ran? Ähm, ja. Mal gucken, ob ich das da rüber schaffe. Nee, schau ich natürlich nicht. Aber wie soll ich denn sonst da hochkommen? Och, Gottchen. Das wird wieder mal ne Überlänge-Folge. Das könnte man glauben, oder? Warte mal. Kann man da nicht hoch? Nee, natürlich nicht. Ach, warte mal. Sag mal, willst du mich natzen? Wie soll ich da denn jetzt hochkommen? Ach, Gott. Ich bin so ein Depp, Alter. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Manometer wird das ne Überfolge. Ähm. So rum. Ach, je. Grüß. Grüß. Du, ey. Du sollst wieder zurück? Hast du echt mal jetzt hier? Dein Orientierungssinn ist mal voll für den Arsch. Ich weiß, dass ich da unten ein Geräusch gehört habe. Verdebt euch jetzt eure Florin. Die Hälfte durchsucht den Hof. Die anderen kommen mit mir. Die Kapelle untersuchen. Si, Kapitano. Dann untersuchen wir die Geheimgänge. Was ist mit Lorenzo? Jetzt ist Lorenzo schon tot. Was ist mit Lorenzo? Huck, huck. Tschüssi. What the fuck? Wow, das war die falsche Richtung. Wow. Tschüssi. Alter, wo? Willst du mich natzen? Ach, da lang muss ich. Wow. Wow. Tschüss. Da ist er. Auf ihn. Auf eine Lanze gespießt, sieht ein Gesicht sicher freundlicher aus. Ja, ja. Tschüss. Die greifen sich aber selbst gegenseitig an. Dort ist er. Pack ihn. Ja, da ist der Ausgang. Ja, da ist der Ausgang. Ich kann immer weiterlaufen. Siehst du doch? Nein. 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 Ach Gott. Passt irgendwie gerade die Musik. Tschüss. Tschüssi. 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 Alter. Nur um diesen scheiß Schatz zu finden, ey. Guck, guck. Auf ihn. Du wirst nicht entkommen. Ja, tschüss. Keine Lust auf euch. Packt ihn. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist der? Ja, ach. Woho. Wie soll ich da jetzt hochkommen? Wo. Wo. Alter. Komm mal zu. Komm. Komm. Wow, das war echt gerade mal buggy. Naja, egal. Ähm. Oh Gott, wo muss ich hin, ey? Ey, da. Warte mal. Da geht's doch hoch. So. Und da geht's jetzt drauf. Und zack. Rauf da mit dir. Öh, warte mal. Da. Wo ist der langgerannt? Tschüss. Ich bin bei hier, Junge. Waho. Viel getan. Auf ihn. Tschüss. Da ist er. Packt ihn. Ich kann ihn nicht sehen. Verträumt er sich. Wohoho. Lorenzo, verdammt. Jemand muss einen Weg hineinfinden. Ihr habt ihn gehört, ihr zwei. Holt eine Leiter. Och Gottchen, Alter. Nee. Oha. Das kann eine Leiter werden. Das zeige ich euch jetzt schon. So. Was tun die mit der Leiter? Lorenzo kommt nicht raus. Warum dauert das so lange? Ähm. Wenn ihr nicht so laut wäret, hätte er uns nicht kommen hören. Tja. Merda. Du schreist doch rum hier. Ihr alle. Kümmert euch um eurem Kram und haltet Wache. Wie soll ich das denn jetzt anstellen? Darüber springen? Warte mal, kann ich mich hier wieder rauf? Nee. Eben nicht. Ach, doch da. Hätte ich mir denken können, dass das nicht klappt. Leck mich doch am Arsch. Woa. Woa. Okay. Ach so. Sag mir das doch mal einer. Ach so. Ah. Okay. Ich verstehe. Es ist offen. Habt ihr das gehört? Das kam aus dem Schlafzimmer. Ja. Wer immer das geöffnet hat, muss noch beintragen. Da ist ein Anfängling im Schlafzimmer. Geht. Tötet ihn. Sisi, Kapitano. Habt ihr Angst? Oh, ihr armes Putt-Putte. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich bin mir sicher. Geht. Tschüss. Tschüss. Lalalalalalalala. Wo muss ich überhaupt lang? Ach, leck mich doch am Arsch. Oh Gott. Die wäre ein großes Problem. Alter. Okay. Nein. So. Alter. Das tut nicht dir weh. Wow. Alter, wie viel halten die aus? Oh. Wir machen ihn null. Ach Gott, das wird eine doppelte Folge oder auch nicht. Alter. 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 Bald wird nichts mehr von dir zum Begraben übrig sein. Meine Frisse sind das Hammer. Alter. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Wie viel haltet ihr denn bitte schön aus? Meine Rüstung ist zerbrochen wegen euch Pfeifen. Alter. Alter. Ey, das gibt's nicht. Aua. Alter. Ihr gebt mir gerade mal derbe auf den Sack. Alter. Boah, Hammer, Alter. Mama mia, sind die hartnäckig. Boah, ho, ho, ho. Ich denke, dass mein Heim nun... Ja, Signore. Habt Dank für euer großzügiges Geschenk. Ich muss gehen, aber ich komme wieder, wenn alle Pazzi tot sind. Mama mia. Hurra. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Viel Glück. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Ja, Leggy. Boah, ho, ho, ho. Alter Vater. Das nenne ich doch mal... Das nenne ich doch mal ein schönes Geschenk, Alter. Wow. Hausfriedensbruch. Wo hab ich Hausfriedensbruch begangen? Das waren die Wachen. Alter. Naja, wir haben's geschafft. Ich denke, ich werde daraus drei Folgen machen. Anders geht's gar nicht. Oder beziehungsweise, ich hab daraus drei Folgen jetzt gemacht. Mehr oder weniger. Aber nur gut. Wir haben immerhin das Templar-Verstecker geschafft. Weißt du was? Den Schatz nehmen, kann ich mir auch noch genehmigen. Ähm. Alter, das nenne ich mal ein Schatz, Lude. Uh, da haben wir schon wieder 2000... So, naja, ist ja auch egal. Hiermit verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.